Du hast den Brenner in der Hand. Du siehst das Prüfstück vor dir. Du setzt an zur perfekten Schweißnaht. Das ist Nervenkitzel pur. Das ist Jugend schweißt. Der bekannteste Wettbewerb für die Fügetechnik in Deutschland startet in eine neue Saison. Jugend schweißt. Der Wettbewerb des DVS, Deutscher Verband für Schweißen und Verwandte Verfahren e.V., ruft junge Schweißerinnen und Schweißer im Alter von 16 bis 23 Jahren auf, ihr fachkundliches und ihr praktisches Können unter Beweis zu stellen. Die einzige Voraussetzung, um am bundesweiten Duell teilzunehmen, ist dein Alter. Wenn du zwischen 16 und 23 Jahren alt bist, hast du schon halb gewonnen. Du kennst junge Menschen, die sich fürs Schweißen begeistern? Dann sende ihnen dieses Video, damit sie die Anmeldefrist nicht verpassen. Worum geht es genau? In vier Handschweißprozessen trittst du auf Bezirksebene, bei Erfolg auch auf der Landesebene und schließlich auf Bundesebene gegen andere junge Schweißerinnen und Schweißer an. Hier zeigst du nicht nur dein Können in Theorie und Praxis, sondern gewinnst auch zahlreiche Eindrücke und wertvolle Erfahrungen für deine berufliche Zukunft. Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, die Schweißer Prüfungsbescheinigung und wertvolle Sachpreise mit nach Hause oder in den Betrieb zu nehmen. Jetzt gilt es nur noch, Spaß an Theorie und Praxis mitzubringen und gegebenenfalls den Chef von ein paar Tagen Fortbildungsurlaub zu überzeugen. Du überlegst, am Wettbewerb teilzunehmen? Dann findest du alle Infos zur Teilnahme unten in der Infobox. Der Wettbewerb findet nur alle zwei Jahre statt. Teile das Video, damit andere von dieser Gelegenheit erfahren. Hier oben findest du ein Video über die letzte Ausgabe des Jugendschweiß-Wettbewerbs. Hier unten findest du unser letztes Video.